Ja. Folge jetzt dem Behälter nach oben und pass auf, dass ihm nichts passiert. Und sieh zu, dass das Steuerungsteil heil bleibt. Sonst weiß keiner, wo das Ding am Ende landet. Also das ist der Teil der Unifalt sagen, okay. Hast du mich angelogen? Das ist doch nicht meine echte Pizza! Ach ja, fällt dir was auf, Sandro? In Teil 2 schickt doch der Handsome-Jack diese Behälter runter und da kommen seine Truppen raus. Das bereiten wir grad für ihn vor. Diesen Test. Wahnsinn, ihr Böse. Eine Pizza. Ach, für Sex? Von Sex mit X. Okay, warte. Da kommt was. Okay. Oben. Spring runter. Ich mach den vorderen, mach du die nächsten. Ja. So ungefähr. Die kommen wieder von oben runter. Was sind die für ein Level? Die können ja überhaupt nichts. Wo ist denn der? Da oben ist einer. Heckenschütze. Jetzt ist's. Hinter dir, hinter dir. Mach du die hinteren, ich mach den vorderen. Da ist einer. Mach du die hinteren. Ja, ich bin dabei. So, Wolf, mach mal ein paar. Ja, Mondstein hab ich eingesammelt. Da ist noch ein bisschen Geld. Einer kommt davon. Ja, von rechts oben. Mein Wolf schießt grad auf ihn. Ich will nicht auf den Mond. Ich hasse den scheiß Mond. Den hinten mach ich auch noch. Warte, ich geh zurück. Oh, das ist doch eine Reichweite hab ich nicht. Ja, ja. Aber meine Granaten. Alter. Okay, das war's. Hat ein bisschen Damage bekommen. Ich wollte eigentlich, dass es null Damage bekommt, das Ding. Oh, da gibt's ne Granate. Äh, Muni. So, und jetzt? Zurück. Die Kassel ist geladen! Kanone abfeuern! Feuer! Wie das aussieht. Wo? Die, die Padrone da. Achso. Ach, das ist ja ne riesen Kanone hier. Warte. Ja sicher. Das ist wie ne Wachaufbau. Ähm, Feuer! Frei! Geil! Ha ha ha! Hey du, Typ! Alles klar? Lebst du noch? Dem wird schon nichts passiert sein. Tja, Kammerjäger, ich hab ne Belohnung für euch. Ich bin schon im Clipboard. Wenn du Zeit hast, schau dich ruhig mal auf der Mondoberfläche um. Sieh nachher, bis der Typ geschafft hat. Nice. Die Mission geht noch weiter. So, hier. Test! Warte, wir müssen die Landestelle noch untersuchen. Echt? Ja. So, um den Bonus zu bekommen. Ähm. Läuft bei dir! Äh, abschließend schwarzes Brett steht da zum Mond. Ja, jetzt hast du es abgeschlossen. Jetzt kannst du es schon wenden. Jetzt kannst du es schon wenden. Jetzt kann man es nicht mal machen. Achso. Ne, ich hab sie nicht abgeschlossen. Wir haben den ersten Landestellen untersuchen müssen, aber hat sie erledigt. Wie? Hat sie erledigt? Wo stand das? Ja, kann man es nicht mehr machen. Hier oben rechts stand das. Oben rechts? Bei den Missionen halt. Ich bin nur wieder zum schwarzen Brett gegangen und hab die Mission nicht mehr abgeschlossen. Ja, trotzdem. Wir haben es vorher machen müssen. Alles klar. Jetzt, wo ich es mir so überlege, hätten wir vielleicht Roboter nehmen sollen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Bitte was? Äh, Loader geladen und gesichert. Diese Idee ist sogar noch besser als die letzte. Ja, der Dahl-Klave, den wir in die Moonshot-Kanone gestopft haben, ist wahrscheinlich extrem tot. Aber nehmen wir doch stattdessen Loader. Ich könnte sie überall hinschicken. Jederzeit. Und sie könnten dann, keine Ahnung, mit ihren Greifer und Roboter bauen. Was Roboter halt zu tun? Ja, ne, der hat ein Schilf vor mir aufgebaut. Ich kann da nicht durchschießen. Tja, Problem. Ich bin nicht bei dir. Ich mach grad die andere Neemission. Ah, Loader-Gestell. Da ist einer. Ach komm schon. Oh, knapp. Die Maße verladen die rechts und links Gegner killen. Oh, das wird herrlich. Herrlich. Ach nö. Also es läuft genau wie beim letzten Mal. Schafft jetzt aber, zielst aufs Geloder! Geloder erledigt! Ich bräuchte hier zum Verteidigen. Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, das sind 73.000. Das sind so viele für mich. Und die schießen auf die Loder? Welches Drecks denn da? Sandro, kommst du? Ich bin gerade mal beschäftigt. Ja, toll. Ein Loder ist schon kaputt. Was machst du da hinten? Campen. Der schießt sich selber auf die Loder hier. Alter, die backen durch mich durch. Sandro? Sandro ist immer da, wenn man ihn braucht. Nicht. Ich bin gerade gestorben, Alter. Da? Da ist da. Bis der warten kann. Ich wusste nicht, was passiert. Warte. Zwei Leben noch. Ja, hä��로 Everest! Wieso? Ja... Im annualen bist du hier wenn man dich braucht? Nicht! Warten, klappen, kleine Warten. Naja, zwei haben überlebt. Komm mal ey. Ja, lass mich erstmal die restlichen Typen hier killen ey. Genau, in der Sekunde kill ich den. Echt jetzt? Ähm, das Schild ist nicht so gut. Wo hast du den Schild her Mädchen? So, du ferner Dreckskenner. So. Easy, alles allein gemacht. Wer braucht schon Sandro? Mr. Glitzer. Habe ich dir untergekommen. Warum? Mr. Glitzer. Ich muss da noch eine Soundanlage anschließen, damit das Ding beim Feuern jedes Mal Opernmusik spielt oder sowas. Oh, blühe Schilder. Mein Gott, ist das cool. Wie sieht's aus? Haben Sie die Loader da unten geschafft? Oh, der kleine Wichser. Wir haben überlebt. Unser Transport erfolgreich. Komm bald mal wieder. Ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur. Ich habe da was im Ärmel. Ich heil mich erstmal. Jetzt ist immer noch dein Laser. Janik Schinken hatte ich jetzt wieder da. Geiler Name. Hallöchen. Sandro ist gerade noch ein bisschen konzentriert, deswegen kann er nicht sprechen. Ich bin busy. You are very busy. Okay. Was gab's denn hier Feines? Da kannst du viele Leute zum Club machen. Immer noch welche. Ja, ich seh immer noch welche. Ich hasse den Ingenieur Lost Legion. Was ist mit dem? Der ist doch super easy. Der macht aber so ein scheiß Schild immer vor sich hin. Ja und? Einfach ran. Wo hast du den Schild her, Mädchen? Hm, gibt's hier keine Waffenkiste? Uh. Uh. Die Technik. Die Technik. Ja, Technik, die wirklich begeistert. Ich suche die ganze Zeit in eine verkackte Waffenkiste, aber ich finde sie einfach nicht. Oh. Da ist der Laserstrahl. Wir sind hier mitten im Anus. Das ist wirklich beeindruckend. Waffe. Ich seh ein paar Türen, aber ich weiß nicht, wo sie hinführen. Aber auch ein weißer Raketenwerfer. Nice. Ja, irgendwie finden wir nur Müll in den normalen Waffenkisten. Müll, den man verkaufen kann. Wo bin ich denn hier? Ich glaub, ich bin richtig. Quatsch. In die Eier. Was sind die so ein Schild generiert? Das ist eigentlich. Autsch. Ey. Auf Gepäckstation. Was? Zu da. Woh? Wo ist denn hin? Treffer. Gibt es denn hier drin, Schilder? Ich halte zwar nicht viel aus, aber ich mache ordentlich Damage mit dem Laser. Ach, das ist ein unsichtbarer. Okay, da kommt man, wenn ich gar nicht sehen würde, Junge. Ich halte dich. Hä? Wer? Ah. Was ist denn Gegner? Wie soll denn hier? Ja. Wie von mir ist ein Gegner? Wie viel? Der, 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 der. Alter, mach das nen Bum. Okay, hätte ich nicht drauf schießen sollen. Deswegen. Warte, wo bist du denn? Oh. Neben dir irgendwo. Ich bin unten. Ist das ein unsichtbarer? Ja, ja, warte, warte. Kapp einen. Warum bist du über mir? Weiß ich nicht. Trommel, Feuer, Kampfanzug, der das Legion. Alles klar. Dann weg mich doch. Toll, mach den mal schnell. Ach, der hat ein Schild gefallen gelassen. Ach, ist er nicht. Du kannst übrigens diese rausfahrenden Dinger aktivieren und weggehen und dann anschießen. Dann macht das riesen Bum. Einen dicken Bum. Ah, war gut. So, Badass Rang 1. Erstmal hier halt. Wie viele spawnen denn da noch? Ähm, eine Pistole. Wie viele Pistolen? Ich kann mal super leveln, ne? Ich bin schon fast level 24. Ach, der kann auch mal wieder einmal hin. Auch mal. Upgraden. Kampfloader. Hilf mir. Mit dem jetzt? Ne. Steht nur dumm rum. Besser Kampfloader ever. Autsch. Ey, ich will meine Schildwurst aufsammeln. Da. Und stein. Wo ist er denn? Aua. Was ist explodiert? Wird er gerade auf mich geschossen? Wo? Wo ist der nix hier? Ach, da hinten. Ein Sniper. Habe ich was für ihn? Ein Sniper, ja. Da habe ich was Feines für ihn. Was zum Einfrieren. Kommt wie ein. Oh. Die Waffe ist so schwach. Was ist denn jetzt? Nämlich doch lieber Laserwatte. Und putz. Machst du das so, oder? Das heißt nicht, wenn du runterkommst, oder was? Ah, ich bin auf deiner Ebene. Na endlich. Hat er überhaupt nicht angedauert. Hallo. 400 XP hat er gegeben. Oh ja. Müssen wir übrigens nach oben. Warum auch immer. Da wurde ich glatt herkommen. Hm. Gibt's hier unten was? Oh. Ja, ja. Ein Gunloader. Oh, eine versteckte Waffenkiste, wo noch Müll drin ist. Das finde ich nett. Nicht. Ich gehe nochmal hoch, ne? Über den Aufzug. Ausgabe. Ich heim mich mal kurz. Unglaue. Nach oben, bitte. Ähm, da raus. Müssen wir noch weiter nach oben? Ne, ich bin schon da. Wir müssen zum Jack wieder. Ich warte auf dich. Lass mich raten. Da, wo wir gerade waren, da müssen wir jetzt dann später sowieso hin. Recht, glaube ich. Ich wechsle mal kurz mein Schild, weil ich hab ein besseres gefunden. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, löst ein Sonnenschein-Nova aus, wenn er schöpft. Muss zwischen Novas vollständig aufgeladen werden. Gewährt Immunität gegen Feuerschaden. Cool. Okay. Äh, Facecam mach ich mal kurz weg. Passiert irgendwas? Vergesteuerte Deaktivierung Feuerschlagen. Ja, ich dacht's mir schon. Ey. Sorpedon hat dich ausgesperrt? Dann musst du das Ding wohl auf die altmodische Art abschalten. Ja, rein. Rein und raus. Ja, Mist, ihr habt recht. Komm hier rüber. Okay. Alter. Was kriegst du mal davon jetzt? Keine Ahnung. Nichts. Mission Story. Viel XP. Aufstieg. Aufstieg. Errungenschaft freigeschalten. Die Eingeweide der Helios. Die Mission pass auf, wo du hintrittst, geschafft. Wow. Okay. Schon wieder ein Skillpunkt. Ähm, ich geh auf Damage. Ich bin fast fertig mit meinem ersten Skilltree, by the way. Facecam. Nebenmissionen gibt's hier recht. Am nächsten Level dann hab ich's. Hier gibt's zwei Nebenmissionen. Erst rot, dann tot. Ihre Farbe macht sie... Was? Entbehrlich. Ich verstehe gar nicht, der Lace ist so laut. Sachen, die laut knallen. Lad dir das mal rein. 5 Mondstein, 22.817 XP gibt es. Sauerjäger, einige von Sarpedons Meldeläufern haben Beweise, mit denen ich dafür sorgen kann, dass dein Boss rausfliegt, wenn das Fiasko hier vorbei ist. Du musst mir diese Beweise beschaffen. Keine Chance. Wenn das hier vorbei ist, gebe ich dir mehr kybernetische Upgrades, als du dir erträumen kannst. Dann weißt du nicht mehr, wo der Mensch aufhört und die Maschine anfängt. Gott, klingt vielversprechend. Dann sind wir uns einig. Ja, Tracer. Es sollte einen Dahl-Kurier in der Nähe geben. Ja, wo denn? Töte ihn, töte ihn und schnapp dir die Beweise, die er archivieren wollte. Man entfällt die Kuriere leicht an ihrer hellroten Panzerung. Falsch. Zurück. Ja. Geil. Easy. Ja. Der Hightech-Blaster rind voraus. Und die Swift-Famil-Fatal hinterher. Swift-Famil-Fatal. Lass mich raten, hier kommen wieder neue Gegner. Ja, aber da vorne sind sie schon. Im Ernst? Schon wieder? Ja, ein Kurier. Leck ihn um. Alter, die Auffassung. Leck ihn um. Alles klar. Umgelegt. Zack. Er hatte der Welt noch so viel zu geben. Schnapp dir seinen Echo-Recorder. Alter, das neue Schild ist abartig. So. Da schießt noch einer. Er hat aber ewig zum Aufladen das Schild. Ah, da oben. Okay. Ist er tot? Der ist tot. Erledige den zweiten Kurier. Ach so, das ist so eine... ...Nacheinander-Mission oder was? Power-Suit-Nube, der los ist ein Liebchen. Das ist keils. Ja, das ist ein Noob. Grundstrahl. Das ist viel. Geschehen. Dieser Mann hat offenbar viel Geld zur Verfügung. Er ist entschlossen. Und, noch schlimmer, ehrgeizig. Und ein Arsch hat sie noch vergessen. Wir brauchen noch mehr. Mach weiter. Alles klar. Ah. Wenn ihr einen von Jacks Kammerjägern seht, sucht sofort einen Schutzraum auf und wartet auf Verstärkung. Schutzraum? Für so einen Mist habe ich keine Zeit. Töte die Kuriere schnell, bevor sie irgendwo unterkriechen können. Alles klar. Rein und raus. Wo ist er denn? Der ist oben, der Kuriere. Die... Let me in den Aufzug, please. Der Elevator... Wie hole ich den? Ah, vor allem mal drücken. Und das Ding erschlägt dich nicht. Nein, gar nicht. Was ist denn, wenn er jetzt stehen geblieben wäre? Töte ihn doch. Was ist denn, wenn er jetzt hingesprungen? Alter. Er ist hier rüber. Rechts ist er. Ich gucke mal nicht lang, ne? Nein, man muss rechts runter. Also, ich habe ihn. Habe ihn. Oh, Alter. Einmal mit Profis arbeiten. So, ich habe es. Eine Waffe auf der Helios entdeckt. Wieder da liegt. Siehst du den? Ein Miser mit unvorstellbarer Feuerkraft. Als Reaktion auf Hyperions Gier und Ignoranz werden wir tun, was getan werden muss. Heute Abend erobern wir die Helios. Weeper 01. Die labert noch gerade. Prima. Geh zum schwarzen Brett und lade hoch, was du gefunden hast. Ich lade. Ich habe es auch schon so. Ich habe es auch schon so. Leicht laut hier. Lass ihn erstmal fertig labern. Schein die gar nicht zu sein. Klappe. Was weißt du denn schon? Bringen sie her. Alles klar. Schließ ab. Das gibt es 22.000. Oh, ne Schatty. Ihre Tage sind gezählt. Oh, die sammelt doch, was die kann. Ach so, Schatty? Habe ich die jetzt auch bekommen. Ja. Wenn du lächelst, macht das Boom. Ähm. Wo sind die? Schatty. Wenn du lächelst, macht das... Was macht denn die für ein Damage? Würde ich gerne wissen.